willkommen zu einer neuen folge let's play wolfenstein ja lad mal die waffe nach was haben bloß 20 schuss ja wir sind ja hier noch in dieser nervenanstalt der reise sterben ja da habe ich ganz deiner meinung so mal hier durch ich würde dann gar ein bisschen sneaky durchgehen das war die falsche taste mobbing alter das war scheiße erst mal so alt was ist hier los weil wie groß das alles hier ist das war schlecht das war sehr schlecht ich wollte irgendwie eine granate werfen oder so ok wo fangen wir dann auch hier fangen wir da hinten an als so könnten wir theoretisch ja ok sehr geil so dass er tot so hier ist weil ich gerade leben doch hier war leben ich glaube ich muss gleich niesen da läuft so ein general alter jetzt habe ich das haben hier alles gemacht kommt er zurück der general ja scheint mir fast so oha nein da läuft er oha oha alter 10 grad zerfleddert woher kommt noch muni alter nein wir haben da auch kein So, das war's So, scheiße Na super So Jetzt aber Läuft einer So, down Weg mit der Wurzeln Verschießen Leute, die sich nicht wehren können Oh ja, das sehe ich genauso So, alter Ganz ehrlich, warum? Hat er verdient So, ich glaube, hier können wir sonst nichts mehr Großartig finden, obwohl Warte mal, kommen wir da hoch Ja, Mann, haben wir geile Kinder hoch Sehr geil Schalldämpfer, wir haben Schalldämpfer für die Waffe So, jetzt muss ich gerade kurz Jetzt muss ich nicht So, jetzt muss ich so jetzt bin ich wieder da meine allergie schlägt gerade wieder an scheiß pollen allergie erst mal gerade mit tablette reingeworfen so aber sonst war da oben ja nichts nein sie wollen wir ja hier wieder schalten vertraut machen oder was jetzt kommt das zum knacken hier wie ging das doch mal wie ging das ist doch mal muss ich kurz nachgucken im tagebuch war das ja so lehnen also mit anlauf rutschen nur schloss knacken drücke eins und bewegt die maus nach links und nach rechts und die äußere scheibe ok jawohl ja nice rüstung verbessert ähm verbesserung ja rüstungsverbesserung erhöhen die rüstungswerte ja haben wir geil alter auch sonst haben wir hier nichts weiß ich ob da noch mehr leute sind leute der schroth finde weiß weiter für das ding das war sneaky hier durch das mit wenn ich gleich wieder ein alarm auslösen was für das mit dem waffen nehmen habe ich noch nicht ganz so richtig raus da sind noch ein bisschen tricky haben zumindest noch kein alarm richtig ausgelöst oh nice gleich wieder ein bisschen rüstung so hier ist keiner alter junge alter wird denn zugerichtet haben krankes game auf jeden fall aber dafür ist ja wohlfühlstein eigentlich bekannt so wenn wir wieder akimbo ja nice so was haben wir denn hier ja hier geht's auf fährt er anja so wieder in deckung fuck wir haben keine munition mehr also wir haben auch bloß auf eine waffe ein schuss ja ja ein schuss aber jetzt müssen wir doch wieder haben oder ja 26 wir nehmen die schrotflinde was ja auch nicht schlechtes in den engen häusern so anja redan hat die türen aus und auf nach wir müssen nach draußen so das ist heute scheiß mit allergie war doch gerade noch munition ja wohl ja so dann waren wir uns doch jetzt hier auf den weg raus alter rambo digger weg ach scheiß aber noch nicht nachgeladen so anja nein nein anja lol erstmal kommt ihr ein pferd anser oder was ist das lol what the fuck und die kampf drohne jawoll ja drohne also nicht die noch mal einer lol nochmal zweifel und gleich alter deutsch lol lol die ist einfach nur direkt vor mir fuck wenn wir den waffen nehmen ist doch ein bisschen ähm ja kacke ist das mit dem auswählen bis es dann bestätigt hat weiß ich ob man da jetzt irgendwie was bestimmt drücken kann muss so wir nehmen auf jeden Fall gleich mal das Sturmgewehr ja super erstmal ein schuss im magazin so und jetzt auch mal gar keinen zu nehmen oh nates oh erstmal direkt auf neben anja 1d schmissen lol jetzt wie sich das angehört hat jetzt kommt wieder der panzer jetzt kommt die drohne elektrikt wird man fast nicht muss man glauben dass hier ein bisschen wunderschön ja ja lol hat die nase kaputt hola lassen gegner ihr beide muni mehr alter was das für ein hässiger panzer so nice so wir nehmen anja wir bringen sie weg so 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 sind sie ein soldat können sie kämpfen wer sind sie hier stimmen william j blazkowicz ranger army us usa tut mir leid mein polnisch ist nicht besonders was wenn sie fahren wohin denn wohl noch so 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 nein 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 so und sie weinen um ihre toten so eine tiefe traur ich nicht meine tränen würden mehrere füllen ich würde ertrinken wenn ich sie rauslese wir haben 1960 1960 ja sie waren 14 jahre bei uns es ist 1960 ich muss verbindungen zum us-militär aufnehmen ich muss meine einheit finden damit sie wissen dass ich noch lebe der krieg ist vorbei er ist vorbei kein militär mehr nein er ist nicht vorbei hier laufen doch überall noch welche von denen rum sie haben gewonnen es ist vorbei das regimen beherrscht die welt sie sind überall überall was ist mit den usa die usa sie nun ja sie haben kapituliert kapituliert sie haben kapituliert wegen der boom ach atombombe sie haben vor zwölf jahren kapituliert nachdem sie das regie mit atombomben angriff ja ja na dann muss ich eben den widerstand finden ich werde mich ihm anschließen nein 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 es gibt keinen widerstand alle wurden gefangen wer noch lebt ist in gewalt von regime wer weiß schon wo sie stecken wer weiß schon haben